Ein herzlich Willkommen zurück zu PUN EXCILS. Ähm, ja. Hier sieht sich besser aus. Ja, die Bausession ist immer so eine Kotzeimer-Aktion. Ich habe gerade technisch vergessen, dass das eigentlich gar nicht so groß sein sollte. Damit man eher die Fläche hier mehr nutzen kann. Gut, dass ich auch bauen darf. Du darfst auch bauen. Ja. Ach du meinst wegen den ganzen... äh... Moment. Workmanches. Bleib stehen, reicht. Ja, ich weiß. Ich mache jetzt die ganzen Wände. Was? Was wird das jetzt? Das wirst du sehen. Ach, das war nicht mal mit eingeplant. Ich wollte ja auch noch ein Peppero machen. Immer machte meine Träume kaputt. Zerstört alles. Dafür bin ich da. Genau, dafür bist du da. So. Okay. Äh, was wolltest du da? Die Fenster? Nein. Soll ich was sagen? Nicht so. Doch kann man machen. Was ist möglich? Der ist falsch rum. Weiß ich doch. Was hat aus Versehen passiert? Ach. Wo jetzt? Ach shit. Der ist falsch rum, der Unterer. Welcher? Der hier. Och nö. Ich habe mich wieder kritisiert, ey. Die Scheiße. Ist jetzt okay. Mal basteln. Wirklich? Naja. Für was willst du mich haben jetzt hier? Müsst du schon sehen. Ach, für die Höfen? Hm. Da brauche ich nur eine Nische. Achso. Ich habe nur gedacht, dass du dir die Öfen reinstellst. Reinstellen werde ich für mich eh. Hm. Ich mache bitte das Ding hier rein. Warte mal, wo ist es denn? Oh, da ist mein Lieblingsteil. Das ist mittlerweile mein Lieblingsteil. Dieser neue Raben, oder? Richtig. Finde den so richtig gut. Der Starterteil. So langsam merke ich, dass ich leichter werde. Weniger Material. Dass der immer so rumsnappt hier. Ja. Richtig. Passt so, ne? Kommen da die Wände? Hm? Die Treppe kannst du nach unten machen. Ja. Weiß ich. Ich hoffe, dass ich ungrößt auch. Leider geht's. Hier haben wir nur eins bereit, aber das ist scheiße. Passt schon. Jetzt erschließt sich auch das Tor hier. Was finden. So. Äh. Jetzt kommt wieder die ganze Dachsession. Scheiße. Yay. Äh. Wir brauchen jetzt eine Treppe nach oben, oder? Äh. Du kannst die neuen Treppen geben. Da gibt's neue Treppenarten. Ja, diese Eckdinger. Oh. Äh. Hast du die überhaupt rein? Ja, ja. Ich hab da schon die Idee, wie ich das mache hier. Ich soll hier mal gucken. Hast du das hier, oder hast du hier was geplant? Komm mal gucken. Nö, nö. Sollte gehen. Warte mal, ich guck mal was. Hm. Ähm. Soll ich das so machen, oder auf der anderen Seite? Nö. Wo soll sie stehen? Links oder rechts? Links. Ja, links. Okay. Soll es noch ein Stück weiter höher gehen? Äh. Kannst du hier ranstecken, oder was? Ich glaube ja. Warte, ich versuch was. Ähm. Da gab's doch noch mal eine kleine Treppe. Das weiß ich. Warte mal. Es gibt zwei Versionen davon? Ah, es gibt zwei Versionen davon. Guck. What? Eine, die so rumfährt. Eine, die nach links und eine, die irgendwie nach rechts geht. Welche wirst du haben? Äh, die nach rechts. Oder wir lassen die so. Nein, das ist scheiße. Das ist gut. Nicht wirklich. Probier mal aus. Warte, ich will was ausprobieren. Ob ich sie ransnappen kann. Nö, die kannst du nicht höher setzen. Hm. Komisch. Warte mal. Aber ich habe eine andere Idee. Nun will ich mal die Öfen stellen, die unten. Warte, warte, warte. Aber geht das doch? Doch, es geht. Was? Ehrlich? Ich muss aber nur gucken, wie ich das mache. Ist das die falsche? Oh. Wie sieht denn das jetzt aus? Oha. Ich weiß nicht. Was sagst du? Wir brauchen eh nur eine Etage. Das heißt, mach den einen weg. Das heißt, wir machen nur eins. Ja, aber... Ja, nur einen hoch. Das reicht. Das Problem ist, ich weiß nicht, was willst du jetzt hier reinstellen? Hier unten? Diese Nischen. Was kommt da rein? Öfen? Erstmal Öfen hier. Sind das die kleinen Öfen? Ja, sind die kleinen. Okay. Wenn es die großen Öfen wären, dann hätte ich jetzt gesagt, nö, das geht ja nicht. Dann müssen wir ja gucken, das war... Dann... Die hab ich auch noch nicht, wir müssen erst leveln. Nööööö. Ja, okay, okay, okay. Ich sehe die starter Bude, damit. Richtig. Oh fuck. Wo hab ich den versetzt? Ach, da ist der falsche. Das heißt also, ich kann das so handhaben. Warum kann ich die Dinger bauen, die wir brauchen? Ich mach jetzt hier einen nicht auf Schönheit oder weiß ich was. Oh, die Starter-Tude. Der Starter-Olli. Äh... Hab ich den Zimmermann nicht gelernt? Bin ich jetzt bescheuert? Doch. Oh, lecker. Keine Ahnung. Ach, hab ich gelernt. Oh nein, jetzt hab ich den unten gesetzt, oder? Ja. Wenn ein Dreieck unten ist, dann... Sag Bescheid, weil ich glaub, ich hab da eins falsch gesetzt. Aber es ist außen vielleicht dann gesnappt. Äh, du kommst hier nicht ran an die Treppe, ne? Dass die Treppe zugemauert. Oh nein. Warte, warte, warte. Äh... Jetzt passt, oder? Oh. Oh, ich hab's gerade verpeilt. Tut mir leid. Oh, das haben wir, das haben wir. Nö, äh... Hm? Ich guck gerade mal. Dafür brauchen wir mit. Oh! Ich hab ein technisches Problem. Was? Ähm... Ich werd's die Öfe noch nicht stellen dürfen. Warte, die kann man... Ich kann hier nix drüber bauen. Probier mal. Das ist immer so dumm. Du musst jetzt erst... Jetzt stell sie wieder hin. Ich glaub, das geht, oder? Jaja, geht schon. Warte mal. Nicht, dass sie blockiert werden. Nee, geht nicht. Aber die oberen Teile wurden blockiert. Okay, alles gut. Komm ran an den Lachs. Ofen 1 wird gefüttert. Nee, wird doch nicht gefüttert. Er muss nicht fertig werden hier. Ah ne, doch. Gefüttert wird ja schon. Teilen wir diese... Teilen wir das auf. Dann stopp ich das hier rein. Das hier rein. Passt. Oh, jetzt muss ich hier drüben weiterfahren. Wie auf dem Auto, oder was? Nein, mit dem Baum, Mann. Dachtest du, wir haben das Auto ausgepackt. Das heißt, ich kann hier... Warte mal. Hier endet das mit dem oberen Teil, weil ich kann das nicht weiterbauen bei den Altaren. Dann müsste das höher sein. Ist das im Altar schon geabredet? Nein. So. Ist ja übelst hoch dann, Altar. Bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wie hoch der wird. So. Das heißt, hier oben habe ich jetzt einen Bereich, wo wir auch unsere Sachen machen können. Ja, das ist die Frage. Wo können wir das Zimmer hin? Tschüss dann. Ja. Das Ding läuft hier unten, ne? Ich fahre mir hier oben mal mit dem Dach an. Hm? So. Was wird da vorankommen? Äh, habe ich jetzt schon Metall reingestopft? Ich habe dich honkt, ne, oder? Nein, rein damit. Lauf. Was sind die Schick hier? Was sind die Falschen? Boah. Ähm. Ich brauche fünf Metall für die Gießerei. Okay. Äh, das habe ich, das habe ich, ne, mir fehlt die Workbench. Dankeschön. Wie mache ich denn hier Weife dann? Das muss doch echt klappen. Ja, das klappt. So. Alchemie brauche ich auch Metall, genau wie das andere Ding. Ja, Metall hören. Ich glaube, das war... Was mit dem? Nein, geht nicht. Ja, Schatz. Okay, erstmal hier rum. Was ist alles, der hier kommt? Gut, ich hatte schon eine Idee, was jetzt hier erschießt da. Äh. Du musstest ja wieder reinpfuschen. Jetzt ist wieder das Ganze so ein bisschen nicht das, was sein sollte. Lieber fuschen als gar nicht fuschen. Fuschen am Baum. Fuschen am Baum. Das erinnert... Weißt du, an was mich das erinnert? Hm? An die deutschen Baugesellschaften. Naja... Der gute alte Otto. Äh... Ja. Richtig. Nein, hab... Leck mich, Alter. Was ist denn los? Ich hab' nur geschafft, das Ding hier reinzupupen. Ich hab's geschafft, reinzupupen. Ist ja voll der hohes Profi. So, ich brauch' ja die Gießerei für dich. Ein wenig halt Schmuck. Was? Seit wann hab' ich gesagt, dass ich unbedingt Schmuck haben will? Was brauchste? So, nur weil ich eine Frau bin, oder was? Ja, ja. Also, pass' klar. Ich würde die Frau nur in einen Kischee reinpacken, ne? Oh, Alter. Komm' mehr rein, hier. Ja, ja. Was wäre auch genug getackt mit dem Boden? Genau, den hier. So, dann kommt mir die Treppe hoch. Guter Herr, äh, kommen sie mal bitte hoch. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob du hier oben noch geplant hast, irgendwas von Werkstätten hin zu basteln. Ich denke ja, oder? Erstmal fortsätt' ich nicht. Fortsätt' ich könnt' die zwei Räume nutzen für uns selbst. Ja, du kommst einfach mal gucken, weil ich hier oben jetzt was zusammengeschustert hab', äh, wo ich das hinschustert und so bin im Zimmer. Naja. Die Zimmer kannst du auch, sag' ich mal, Alter. Wir sind hier im Sack so. Was wirst du da? Die Zimmer kannst du auch hier vorne machen, wo die Treppe rauf geht. Warte kurz. Ja, Moment. Komm schon. Mach' mal so. Hier drüben? Ja, hier kannst du machen. Ja, das hab' ich zuerst auch gedacht, aber... Ja, das wird reichen, glaub's mir. Weil sonst, äh, bist du nur am rumdoktern. Weil aktuell krieg' ich alles unten verbaut. Bis jetzt. Sicher? Sicher. Also mach' ich hier oben noch ein Teil für... Oder mach' ich nachher noch einen Ansatz an das Gebäude. Das kannst du ja machen. Äh, wo ist denn der Alchemie, Juchel? Den haben wir... Gerbertisch haben wir den auch. Hab' ich ihn gemacht? Ja, oder? Ja. Dann mach' ich das so. Ja, Gerbertisch habe ich. Gerberei läuft. Neuerverfang reichen wir die Materialien von A nach B. Transportieren wir die letzten Pfosten. Mhm. Richtig. Alchemie-Bansch. Die brauchen wir auch. Boah. Zwei von denen, dann passt der Lack. Läuft. So. Unten ist alles offiziell fertig. Okay. Ja, von den Sachen her, was ich machen konnte. Mach' mal das so. So, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ich weiß, das ist eine lange Bau-Session. Aber die Hütte muss ja stehen. Das muss ja alles Platz haben für den Work-Bansches und alles. Ja. Oh, heilu. Dann verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Bye-bye. So.